Das Filmradio mit Dante Hallo Filmfriggats und schön, dass ihr wieder mit dabei seid beim Filmradio. Du erinnerst dich nicht daran, wie schlimm es einmal war. Die Armut, all die Verbrechen. Diese Nacht hat unser Land gerettet. The Purge, ein US-amerikanischer Horror-Thriller aus dem Jahr 2013. Im Amerika des Jahres 2022 gibt es eine Nacht, die Purge-Nacht, bei der für 12 Stunden alle Verbrechen und Morde legal sind. Von 19 bis 17 Uhr haben dann auch mal die ganzen Feuerwehrmänner und Polizisten frei, denn die Leitungen werden in der Zeit abgeschaltet. Familie Sandin ist eigentlich recht gut auf diese Nacht vorbereitet. Ja, eigentlich sehr gut vorbereitet. Die Idee finde ich eigentlich recht cool. So einen Tag, wo du alles machen kannst, doch die Umsetzung? Ich weiß ja nicht. Also wenn ich an diese Idee denke, dann will ich gerne sehen, Mensch, was ist da draußen auf den Straßen los? Wie verhalten sich Polizisten? Machen die mit oder ignorieren die alles? Wie verhalten sich Eltern? Gehen die auch morden? Und so weiter und so fort. Doch was dann passiert ist, damit habe ich nicht gerechnet. Es geht darum, dass eine Gruppe von Killern Jagd auf eine Familie in einem Haus macht. Alles spielt sich im Haus ab. Das ist ungefähr so, als wenn du in einer Mathearbeit mit der Polynom-Division arbeiten sollst, aber nur addieren kannst. Also den Standard-Kram kannst du, aber für mehr reicht's nicht. Und ich hatte nur einen Punkt in Mathe. Ich weiß, wie sich der Regisseur fühlt. Und selbst der Standard-Kram ist sehr träge. Gefühlt nach der Hälfte des Films geht's erst los. Dadurch ist die erste Hälfte viel zu langatmig und die zweite total gequetscht. Dann reagieren die Figuren, die auch nicht sonderlich gut spielen, völlig hirnrissig auf todenah stehender Personen. Auf die doch sehr interessante Moral und Gesellschaft wird kaum eingegangen. Also ich war wirklich arg enttäuscht. Einzig die Stimmung ist zwischendurch mal ganz nett. Er war schnell vorbei. Aber ja, das war's dann auch an den positiven Dingen. The Purge dauert 85 Minuten. Auf Metacritic hat er einen Metascore von 41. Sehe ich nicht. Von mir gibt es sogar nur schwache 22 Punkte. Habt ihr den Film schon gesehen? Wie fandet ihr ihn denn? Toll oder doch gurkig? Schreibt doch mal eure Meinung dazu. Wir hören uns dann beim nächsten Film wieder und bis dahin sage ich...